Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Kido. Ich bin der Gerald und heute zeigen wir euch unsere neuen Quick Hub Pavillons. Was an diesen Pavillons so besonders ist und was ihr damit alles anstellen könnt, das zeigen wir euch in diesem Video. Und es gibt mal wieder was zu gewinnen. Unter allen Teilnehmern verlosen wir ein Quick Hub Hex Pavillon. Wie ihr das Pavillon gewinnen könnt, seht ihr am Ende dieses Videos. Und jetzt viel Spaß. Was ist der Quick Hub Pavillon? Der Quick Hub ist ein schnell aufzubauendes Pavillon. Es bietet Schutz vor Sonne, Wind, Wetter und vor allem vor Mücken. Es ist in zwei verschiedenen Varianten und Größen erhältlich. Es ist wirklich in wenigen Handgriffen aufgebaut und bietet massig Platz und steht extrem stabil. Was sind die Vorteile unseres Quick Hub Pavillons. Unser Quick Hub ist dank des integrierten Gestänges und den Gestängenelementen in den Wänden extrem stabil. Dazu liefern wir auch noch Sturmleinen, damit ihr das Pavillon in jeder Situation wirklich perfekt sichern könnt. Im Innenraum ist es dank der senkrechten Wände wirklich sehr geräumig. Der Dachbereich ist komplett abgedunkelt und mit einem UV-Schutz ausgestattet. Wir bieten euch zusätzliche nachrüstbare Seitenwände, die den Pavillon perfekt wetterfest machen. Im Lieferumfang bereits enthalten sind wirklich stabile T-Pack-Heringe und wie gesagt die Sturmleinen. Ihr braucht also nichts weiteres mehr dazu. Die praktische Roll-In-Packtasche macht das Einpacken des Pavillons nach eurem Campingaufenthalt super einfach. Für wen ist unser Quick Hub Pavillon gedacht? Tja, für alle die ein schnell aufzubauendes und sehr stabiles Pavillon suchen, haben wir die richtige Antwort. Egal ob auf dem Campingplatz oder im eigenen Garten, auf Festivals, Events, es kann als Beistellzelt am Camper oder mit dem Dachzelt, als Heckzelt fürs Auto oder einfach freistehend genutzt werden. Es bietet Schutz vor den Elementen und vor allem vor Stechmücken. Es ist gut durchlüftet und bietet einen tollen Blick nach draußen. Und ganz wichtig für alle, die ein Packmaß von circa 1,80 Meter problemlos transportieren können. Ist das Quick Hub Pavillon wasserdicht? Das Dach selbst ist mit einer 4000 Millimeter PU-Beschichtung ausgestattet. Die imprägnierten und versiegelten Nähte sind alle getaped und somit perfekt wasserdicht. Es schützt somit perfekt bei jedem Wetter. Die Seitenwände dagegen sind nicht komplett getaped, da diese ja größtenteils nur angeheftet werden. Ja, auch wir sind ganz ehrlich, bei starken Regen können über die Seitenwände einzelne Tropfen ins Pavillon gelangen. Es bietet dennoch perfekten Schutz vor den Elementen und ist vor allem bei Wind eine extrem stabile und verlässliche Konstruktion. Das ist die kleinere Variante unseres Quick Hubs. Der Quick Hub Square ist, wie der Name schon sagt, quadratisch. Er ist etwas kompakter und hat nur einen Eingang auf der Vorderseite. Die Rückseite ist fest verschlossen. Links und rechts haben wir je zwei große Fliegengitterflächen. Auch hier sind die Seitenwände nachrüstbar. Und das ist das große 6 EGG Quick Hub Hex. Es ist wirklich sehr groß und geräumig. Wir haben hier zwei schräg gegenüberliegende Eingänge. Beide Eingänge sind auch hier mit verschließbaren Fliegengittern und komplett zu verschließenden Vorhängen ausgestattet. Auf der Rückseite haben wir zwei fest eingenähte verdunkelte Flächen. Und auch hier sind die Seitenwände optional nachrüstbar. Das war unser Video zu unserem neuen Quick Hub Pavillon. Und wie versprochen gibt es auch was zu gewinnen. Unter allen Teilnehmern verlosen wir das große Quick Hub Hex Pavillon. Was ihr dafür tun müsst? Abonniert unseren Kanal, lasst uns einen Daumen da und schreibt in die Kommentare, für was ihr dieses Pavillon als nächstes verwenden würdet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Gerald von Kido